Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 2046. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Obwohl ich keine Stimme habe, komme gerade aus einem Musikclub mit Live-Musik und habe ein bisschen zu viel gejubelt. Aber das war ja schon das Ende des Tages. Wir fangen natürlich vorn an. Heute Morgen ging es los, wenn man in den Vereinigten Staaten ist, dann geht man immer irgendwann mal shoppen. Aber in Kanada ist das nicht so. Zumindest hat man es nicht so gehört bisher von Freunden, die hier waren. Wir haben das heute gemacht. Mit unserem Auto, wahrscheinlich dem einzigen Auto, das man aufgrund seiner Größe vom Mond aus sehen kann, sind wir also erstmal shoppen gefahren, haben die ganze Rücksitzbank voll gemacht, haben sogar ein paar Turnschuhe bekommen, die selten zu kriegen sind. Und für die Simi, für ihre Tochter, das Doppelte bezahlt hat, wie er heute hier die Hälfte, weil es einfach ein Glücksfall war. Und jede Menge anderer Kleinigkeiten ging es dann entspannt auf der Autobahn weiter nach Niagara-Fälle. Keiner hält sich hier an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Alle fahren viel zu schnell. Es hat für mich echt ein Problem bereitet. Ich fahre schon auch sehr schnell in Deutschland. Aber im Ausland hat man immer Angst, wenn man geblitzt wird, dass es dann gleich unbezahlbar wird. Die Strafen stehen auf Autobahnscheldern gleich dran, damit man sieht, wenn man so und so viel zu schnell fährt, was der ganze Spaß kostet. Ja, dann sind wir irgendwann an die Niagara-Fällen angekommen, nach ein paar Stunden Fahrt, die wirklich sehr entspannt war. Und dabei will ich noch schnell erwähnen, bevor ich es vergesse, die dritte Flasche Wein ist übrigens ebenfalls weg, weil ich habe nicht gesehen, dass ein Nachtzug nach Hamburg-Hörer bei Instagram auch noch die richtige Antwort geschrieben hatte. Ich habe nur meinen Mail-Eingang im Blick gehabt und nicht Instagram. Da bin ich jeden Tag, weil ich keine Insta-Else bin. Aber da war ich gestern und habe gesehen, hey, da ist ja noch ein Gewinner versteckt. Also auch herzliche Gratulation. Auf jeden Fall sind wir dann an die Niagara-Fällen angekommen, was ein unglaublich schönes Naturschauspiel ist. Es gibt die amerikanische Seite, da sieht man leider nicht ganz so gut. Es gibt die kanadische Seite, da sieht man wesentlich besser, kommt näher ran und kann dann, wenn man die ganzen anderen Freizeitaktivitäten mal schnell ignoriert, die dort noch möglich sind, wie Fahrt mit der Zip-Line, einen Besichtigungsturm, mit Außenfahrstuhl genießen und Restaurants, Kneipen, Souvenir-Shop sowieso. Also wenn man das alles mal ignoriert, erlebt man da pure Natur. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie rum es ist, ob das Wasser aus dem Eri-See in den Ontario-See oder aus dem Ontario-See in den Eri-See 57 Meter in die Tiefe stürzt. Was man dort sieht, ist spektakulär. Wenn man am späten Nachmittag kommt, hat man einen fantastischen Regenbogen über der gesamten Szenerie. Viel beeindruckender fand ich sogar noch, was man da hört. Dieses Grummeln, dieses Tiefe, diese Wassermassen, die diesen konstanten Hintergrund-Sound erzeugen, das ist ein unglaublicher Genuss. Wir standen da vielleicht eine Stunde und haben es einfach auf uns wirken lassen. Nicht die ganze Zeit gefilmt, ein bisschen natürlich, haben wir mal fotografiert, aber wir haben es einfach auf uns wirken lassen. Weil wenn man dort ist, das kann man gar nicht in den Bildern festhalten. Dieses Erlebnis muss man einfach in sich aufsaugen. Und danach sind wir dann unterwegs noch bei Tim Horton, was Essen und Trinken gewesen. Tim Horton ist eine Kaffeekette in Kanada. Groß geworden aufgrund des gut schmeckenden Kaffees. Mittlerweile gibt es dort alles mögliche andere auch, unter anderem Fast Food. Und die machen ihre Burger nicht mit durchgedrehtem Rindfleisch, sondern mit in dünnen Scheiben geschnittenen Roastbeef-Scheiben. Daraus basteln die einen Burger. Der schmeckt natürlich zehnmal besser als alles, was ihr im Patty-System vielleicht schon mal gegessen habt. Also ein Erlebnis für sich. Und dann sind wir hier reingekommen in unser Airbnb. Gott sei Dank haben wir einen Parkplatz, denn unser Riesenauto hier in Toronto zu parken, ist gar nicht so einfach. Gott sei Dank haben wir einen eigenen Parkplatz, wo wir diese Megakiste abstellen konnten und diese Sorge los sind. Dann haben wir Jordan kennengelernt, unseren Gastgeber, der vor zehn Jahren noch als Model in Mailand gearbeitet hat. Hier zwei Airbnb-Zimmer hat und zwei entzückende Katzen. Ash und Jazz, und die sind so zutraulich, die lassen sich sogar am Bauch streicheln. Und unsere Hoffnung ist, dass sie heute Nacht bei uns mit im Bett schlafen und uns die Ohren voll schnurren. Jedenfalls haben wir noch hier den Tipp bekommen, dass wir in den Drum Club sollen. Der ist zwei Minuten Fußweg vom Airbnb entfernt. Da war heute ein Live-Konzert von Monika, Arabic Jazz. Jeder, der uns auf dem Weg gesehen hat, hat gesagt, oh, ihr geht in ein mega cooles Konzert. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, meine Musik ist es nicht, aber man muss es mal erlebt haben. Zum Schluss haben wir alle was Neues kennengelernt und nichts verstanden, weil die haben natürlich auch Arabisch gesungen. Ja, die Stimmung da drin war aber super und noch viel besser war das Essen. Dann rote Beete-Salat und Gulasch. Was für eine geile Kombination. Das war auf jeden Fall fürs Abendessen perfekt dazu. Geiles IPA-Bier, alles in der richtigen Dosis und danach nur zwei Minuten wieder nach Hause. Da bin ich jetzt, nehme meinen Podcast auf und werde meine Stimme auskurieren. Das war es für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Raiko.